Hearthstone let's play und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem Kanal. Ja und ich hatte ja am Montag und am Dienstag, also vorgestern und gestern bereits Hearthstone gespielt und ich hatte mir überlegt, ob ich heute jetzt noch eine Folge machen soll und irgendwie A habe ich Bock drauf zu spielen und dann kann ich auf jeden Fall die Kamera laufen lassen. B, ja die Saison ist nicht mehr so lange, die läuft jetzt diese Woche noch oder so ungefähr und ich brauche noch den Rang 20 und ich bin verdammt dicht dran an den 500 und ich dachte mir, Mensch, also das will ich aber auch erleben und am besten aufnehmen, was da dann passiert. Ergo, lasst uns einfach zocken. Hätte natürlich nichts dagegen, zwei Siege zu holen, dass wir das auch mitbekommen mit diesen 500. Da muss man ganz schön lange spielen dafür. Aber finde ich geil. Habe ich auch schon längst verdient. Ich hoffe, er die Leitung hält zu den Blizzard-Servern. Es ist jetzt nicht so, dass das Standbild, was ihr jetzt gerade seht, in irgendeiner Form an den FPS oder sowas liegt, sondern die Server scheinen gerade so ein bisschen rum zu zicken. Weiß nicht warum. Aber wir haben den Gegner gefunden. Valera ist mal was anderes. Kann man sagen. Okay. Den mache ich weg. Na, obwohl. Der ist nix, aber der Rest ist okay. Der Rest ist in Ordnung. Kann man sagen. Kann man sagen. Die Map ist irgendwie witzig. Ja, eins, zwei, drei, vier. Also momentan. Nicht unbedingt schlecht, was ich hier so bringen könnte. Hätte fast sogar Lust, nächste Runde, wenn sie nichts spielt, vielleicht sogar gleich den Affen. Gleich Druck machen. Hm. Okay. Ja, geh aufs China, kann ich heilen. Das ist eine gute Idee. Kann ich kaufen, John. Ich frage jetzt nur, ob ich das tun sollte. Ähm. Aber eigentlich schon, oder? Eigentlich wäre es logisch, eigentlich. Ach, ich kann da noch angreifen. Ah, ich vergaß. Ich vergaß. Ah. Jetzt war ich zu schnell. Ich hätte da noch angreifen können. Mist. Ah ja, passiert. Kann passieren. Sollte nicht, aber kann. Mir gefällt aber, was ich hier so habe. Das ist nice. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, mindestens ein Affen oder so, oder? Lass dich im Herzen sprechen. Ah, jetzt vielleicht nicht mehr. Ich könnte auch direkt den Tank oder so. Oder vielleicht die, ähm, diese Champion, diese Paladina. Ah, jetzt geht's auf mich. Jetzt hat sie was dazugelernt, glaube ich. Ja, ich glaube, ich werde die Viererkarte mit dem Coin mal rausdrücken. Oder ich mache Päckel und den Kleinen mit dem Coin. Das wäre auch schön. Diesmal greife ich aber an. Diesmal vergesse ich es aber nicht. Weil oft kann ein, ja, Hitpoint einen Unterschied machen. Das habe ich alle schon erlebt. So viele Möglichkeiten. Na, so viele können es jetzt nicht sein. Möglichkeiten vielleicht, aber auch viele. Oh Mann, oh Mann. Die schläft fast ein beim Spielen. Lass krachen, Mädchen. Oder was auch immer du bist. Ja, endlich. Der Tank stört ein bisschen. Ah, statt ein Wort Schmerz wäre besser gewesen. Man. Ja gut, was mache ich jetzt? Gute Frage. Ähm, weiß ich nicht. Machen wir mal einen Tank spielen. Magie registriert. Jetzt kann ich nicht angreifen, deswegen lasse ich das bewusst jetzt mal weg. Weil ich nicht so richtig weiß, wie ich am Tank vorbeikommen soll, ohne alles hier abzurauchen, was ich habe. Das möchte ich jetzt nicht so gerne machen. Schatten, Wort Schmerz ist da schon eine Hilfe. Sie kann ja den Zweifel jetzt nicht wegzaubern. Muss ja erstmal dran vorbeikommen. Ich frage mich, ob... Okay, das war mein Feendrache. Der hat es hinter sich. Ja, das geht nicht, Mädchen. Das soll das schon enthängt nehmen. Lass krachen. Boah, furchtbar, wenn einer so langsam spielt. Da komme ich ganz aus meinem... Ich brauche so einen Rhythmus irgendwie, so wie beim Skat-Dressen. So blam, 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 blam. Oh, Schatten, Wort Schmerz auf. Das habe ich gewartet. Seht ihr den Leg gerade? Das liegt an der Leitung. Also nicht an meiner, sondern an Blizzards Leitung. Blizzard hat quasi eine lange Leitung. Ähm... Ja, nun. Ein Damage... Ja... Ja... Vor allem, jetzt platzen ihr demnächst die Karten. Jetzt hat sie nämlich 10 auf der Hand. Jetzt wird es langsam eng, wenn sie nicht bald was spielt. Ähm... Nächste Runde würde die Karte kaputt gehen. Gut, das wird sie wohl nicht zulassen. Aber... Die Hand ist gut voll bei ihr. Oder bei ihm. Ich weiß es ja nicht. Ich halte mich immer an den Charakteren. Karte ziehen ist jetzt bei dich so sicher. Okay. Ähm... Ich meine, den Tank mache ich auf jeden Fall weg. Dann würde ich sagen, ich heile einmal, dass ich noch eine Karte drawe und dann spiele ich vielleicht sogar mal den Drachen. Sofort! Ja. Brauchen wir es mal so. Ich glaube, das war ganz nice. Also ich versuche, mich auf jeden Fall wieder zu konzentrieren. Weil ich will unbedingt gewinnen. Die Tore sind geöffnet. Oh, das ist das Schattenwort tot. Das weiß ich bloß noch nicht. Na, danke. Hilft schon mal. Der ist weg. Okay, ob es das jetzt gebracht hat, ist die Frage. Boah, diese Lags, ey. Wahnsinn. Unnötig. Ähm... Oh. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das gewinne. Sieht gut aus. Eigentlich. Wenn nicht noch was völlig abartiges passiert, sieht es gut aus. Ich habe meine Wolfe im Visier. Tja. Anu? Hallo. 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 Mhm. Wieso nicht die Klerikerin zum Beispiel? Dann wäre die weg. Naja, jeder, wie er mag. Ist das Vernichten selbst, wenn man eine Bubble hat? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, funktioniert. Allerdings ist mir jetzt gerade aufgefallen, das wusste ich überhaupt nicht. Da gehen ja meine auch dabei kaputt. Also das ist quasi alle Diener mit zwei. Das ist mir bisher gar nicht bewusst gewesen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war's. Trotz der schlechten Verbindung, die, wie gesagt, nicht an mir liegt. Bin doch schon froh, wenn der Server nicht ganz crasht. Vielleicht ist es auch ihr Spiel oder so, dass sie vielleicht ein schlechter Host ist oder sowas. Ich weiß gar nicht, wer da hostet in dem Fall. Könnte sein. Ich höre dir ab, dein Problem. Habe ich keins, ne? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Naja, sie spielt tapfer weiter. Gut gespielt. Hey. Der Kartenbrück ist schon mal meiner. Yippie. Meins geht auf jeden Fall noch. Jetzt bin ich ein Sieg davon entfernt. 500. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Bei meinem Glück lose ich das jetzt oder so. Aber, naja. Das wird nicht mein letztes Hearthstone. Das kann ich euch versprechen. Hoffentlich ist die nächste Verbindung etwas besser. Schwer. Schwer. Alles nicht so das wahre, wie ich finde. Ich meine, das geht noch, aber die zwei mache ich mal weg. Oh weh. Oh weh. Oh je, mini. Ach ja. Natürlich. Wow. Das ist mal. Hm. Okay. So viel dazu. Ich weiß schon, warum ich die Karte behalten habe. Ich kann nichts spielen. Ich hasse das. Das ist furchtbar manchmal. Ganz ehrlich. Ich kann gar nichts machen. Nichts auf der Hand. Nächste Runde kann ich was klauen. Aber weit bringt mich das auch nicht. Ja, natürlich. Das war's. Okay, das jetzt nicht in dem Fall. Aber, ja, ich werde es jetzt glaube ich trotzdem mal spielen. Ich wüsste auch nicht, was ich sonst spielen soll. Obwohl ich auch diesen Bär spielen kann, aber da habe ich also auch nicht so viel davon. Deshalb... Da sieht's nächste Runde schon eher anders aus. Dann kann ich diesen Bären spielen, vielleicht und den Zweier-Moloch oder so. Oder dann gleich Voyaging oder so. Zufälligen Magie-Zauber auf die Hand. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Meinetwegen. Da spielen noch was oder gib die Runde ab. Meine Gesundheit hat irgendwie gelitten, also. Aber das muss ja beim Priester nichts bedeuten. So, jetzt habe ich jetzt schon mal ein bisschen was liegen. Furchtbar. Mein Brunnen könnte langsam mal kommen, dann kann ich mich ein bisschen heilen. Ist ja schlimm. Mal 18 Leben. Ich bin da sowieso der Meinung, dass viele Matches sich in den ersten paar Runden entscheiden. So, die ersten drei, vier Runden ist eigentlich schon klar, wer gewinnt. Also, so sehe ich das. Klar, manchmal kippt's noch, aber ja. Oft kann ich beim Draw schon sagen, oh, das wird nix. Oder so. Das war nicht hilfreich, weil jetzt komme ich nämlich nicht an den Bären vorbei. Das hätte ich jetzt nicht gemacht an ihrer Stelle, weil jetzt komme ich doch an den Bären vorbei, indem ich es stärker mache. Oh, oder so. Das nehme ich auch. Oder so. So, ich muss halt ein bisschen auf mein Leben achten. Aber da muss man einfach ruhig bleiben. Aber ein bisschen nervös bin ich schon. Ich will dieses 500 haben. Ansonsten müssen wir drauf warten. Bis zum nächsten Mal. Wer weiß. Okay, ob sich das gelohnt hat. Kann man natürlich machen, aber... Oh ja, gut. Man das machen muss? Weiß ich nicht. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht gemacht. Ich glaube, jetzt mache ich meine Blondlocke. Mal gucken, wie sie das findet. Nehmt euch die Zeit, eure vergangenen Taten zu überdenken. Ich meine, sie wird noch Schieb und sowas haben. Aber, ja, ich muss ja mal was versuchen, also. Wer weiß. Ja, das war irgendwie klar. Das war irgendwie zu erwarten. Loll. Ja, geh auf mich. Ob sich das lohnt, ist die Frage. Mal so einfach mache ich es dir jetzt nicht mehr. Ähm. Paladina oder Tank? Gute Frage. Ich muss mich halt langsam anfangen zu heilen. Folgt dem Ruf des Lichts. Ich muss langsam mit heilen beginnen. Deswegen habe ich es jetzt mal so gemacht. Ja. Weil sonst komme ich dann nicht mehr raus aus dieser schlechten Lebensenergie. Uh, ihr wollt ein Zauber winken? Das will ich auch. Ja, spannend ist es ja. Kann man sagen. Nächste Runde, wenn es klappt, werde ich dann den Tank versuchen, dass ich dann erstmal insofern Ruhe habe. Weil einmal Schieb hat sie noch. Kann natürlich sein, sie macht dann das. Aber, ja. Mich schützen und vielleicht ein bisschen heilen und. Weil dann geht dann wieder beides. Okay. Ja, sie versucht das Ding hier zu beenden. Das ist schon klar, also. Aber. Ich versuche mich weiter zu wehren, auf jeden Fall. Das wird steht fest. Ich mache jetzt mal einen Tank, damit sie nicht mehr durchkommt. Kann natürlich auch sein, dass sie diesen Mega-Feuerball hat. Aber der geht, glaube ich, erst ab 10 Mana. Aber der macht, glaube ich, 10 Damage. Wenn sie den hat, habe ich eh verloren, weil das kann ich nicht mehr hochheilen. Mein Brunnen will aber auch nicht kommen, gell? Das ist sehr bitter. Ah, jetzt hat sie den normalen Feuerball. Okay, jetzt habe ich verloren. Ja, ich habe es versucht. Keine Ahnung. Ich kam da nicht mehr raus. Schade. Tja, irgendwie hat sie gerusht und damit auch noch Glück gehabt. Komisch. Also so merkwürdig habe ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr verloren. Die ganze Zeit auf mich, auf mich, auf mich. Normal geht sowas in die Hose. Aber, ja, schade. Schade, schade. Aber zumindest den Kartenrücken habe ich. Dann müssen wir das verschieben mit den 500 Siegen auf ein anderes Mal. Heute ist eh ein bisschen arg verlagd. Aber, ja, tut mir leid, meine Freunde. Das war ein merkwürdiges Match am Schluss. Aber solche soll es auch geben. Das sind auch wieder die Karten gewesen. Kommt der Brunnen sieht es vielleicht auch nochmal anders aus. Aber kann man halt nichts machen. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Tschüss. 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 Sche documentary. Let's go, let's go.